Hallo zu What's Dart, McDart erklärt den Dart Sport. Heute zeige ich euch einmal die Peter Wright Practice Rings. Das Set besteht aus zwei Satz Ringen, die von groß nach klein sortiert sind, auch in einer schönen Farbe. Also wir haben hier zum Beispiel dann den größten hier in gelb dargestellten Ringen. Die Ringe werden mit den mitgelieferten Nadeln einfach an Bord festgemacht. Ich würde sagen, ich mache einfach mal einige an Bord fest. Es ist jetzt hier zur Veranschaulichung, ist es jetzt egal, wo wir die Ringe hinpacken und den kleinen weißen. Packen wir uns auf die Triple 19. Wofür sind diese Ringe? Also wie ihr seht, ich habe einige Bereiche an Bord wirklich markiert mit den Ringen. Somit ist es zum Trainieren sehr gut. Ihr könnt euch dann hier zum Beispiel nochmal die Triple 19 nochmal mit dem Ringen genau schön mittig hervorheben. Oder auch hier oben, ihr hebt das 20er Feld so ein bisschen mit dem gelben großen Ring hervor und davon nochmal die Mitte mit dem kleinen blauen Ring oder die Doppel 4. Oder wie gesagt, wir haben es jetzt einfach mal in die 11 gepackt. Wohin wir es packen? Wir können es uns auch, ich weiß nicht, auf die Doppel 9 werfen. Je nachdem, halt so, wie man es haben möchte. Es gibt viele verschiedene Trainer Boards, wo die Felder kleiner sind, wo zum Beispiel dann auch auf den Feldern so Ringe zum Beispiel schon drauf gemalt sind. Aber wo ist der Vorteil von dem Ring? Ihr könnt selber entscheiden, wo möchte ich meinen Ring hinhaben? Das heißt, ihr habt nicht diese festen Punkte, die bereits auf dem Board sind. Weiterer Vorteil ist, ihr könnt euer normales Board, was ihr eh schon habt, weiter benutzen. Ihr braucht nicht extra nochmal ein Trainer Board, sondern wie ihr seht, könnt ihr das, wir haben ja auch hier das ganz normale Magda als Scopus Board genommen und uns diese Bereiche abgesteckt. Und wenn ihr fertig seid mit dem Trainieren, die Ringe einfach wieder runter und das Board ist für den ganz normalen Spielgebrauch wieder vorhanden. Ihr müsst nicht das Board wechseln, also das Trainer Board abhängen, das normale Board wieder anbringen. Bringen um diese Ringe auf. Man verstärkt sich schon extrem. Geht in den Shop, guckt euch den Artikel an, bestellt ihn und anschließend bringt ihr die Ringe ans Board und dann werdet ihr selber sehen, wie eure Leistung auch bei euren Schwachstellen stetig nach oben geht, halt durch dieses kontinuierliche Training mit den Ringe. Musik 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 Musik